Viele von Mirkos und Sophies Kunden haben denselben Wunsch. Sie wollen die neueste Software mit den neuesten Funktionen auf ihren Geräten haben. Doch schaffen ältere Geräte das? So mancher denkt da sofort an eine Neuanschaffung. Aber im Augenblick sind viele Komplettsysteme aufgrund der aktuellen Situation nur schlecht verfügbar. Was jetzt? Mirko und Sophie haben da ein paar gute Tipps auf Lager. Mit Hilfe der Spezialisten bei TechData können Sie individuell die optimale Vorgehensweise für jeden einzelnen Rechner umreißen und den alten Rechner mit gezielten Upgrades die nötige Power für die aktuelle Software verleihen. Als erstes kann man zum Beispiel das alte Harddisk Drive durch ein Solid State Drive ersetzen. Auch mehr Arbeitsspeicher bringt was. Und natürlich kann man auch noch den Prozessor tauschen. Mit jeder dieser Maßnahmen lässt sich die Performance eines älteren Rechners verbessern und man kann das Gerät jetzt auf Windows 10 und die ideale Version von Microsoft Office aktualisieren. Mirkos und Sophies Kunden sind von den Tipps der beiden begeistert und wollen Ihre Geräte sofort upgraden. Haben Sie Fragen dazu? Wir unterstützen Sie gerne. Wir freuen uns auf Sie. Rufen Sie uns an unter 089 47 00 18 26 oder schreiben Sie uns an microsoft-esd-sales-at-techdata.com Och SO habe ich wiederum noch nie mit E rendre informiert. feel團 und believerne zusehen nicht so schnell wie eine Adäube, Gi kopierte es eine Erfahrung Release auch. Ich finde woanders, bin ich immer gut ausgefahren. Ja jetzt schon noch in der Videczne call esees Credême awaktėse